Ja Leute, seit einigen Tagen habe ich einen neuen Monitor, den Dell S2721DS mit einer Auflösung von 2560x1440 Pixeln. Ich habe mich lange so ein bisschen gewehrt, mit einem Monitor größer als Full HD anzuschaffen, auch wegen den Videos, die ich aufzeichne. Ihr seht jetzt, ich habe hier nicht den ganzen Bildschirm drauf, weil meine noch etwas veraltete Aufzeichnungssoftware für die Tutorials, die kann eben nur Full HD vernünftig übernehmen. Und außerdem ist mein Rechner zwar jetzt schon neuer, aber ich möchte einfach auch in einer vernünftigen Geschwindigkeit die Videos schneiden können. Also bei mir gibt es noch länger kein 4K und auch kein 8K, wie es jetzt bei den ganz oberen YouTubern, Tech-YouTubern, wie Alexi, Bexi und so weiter, ja schon gibt. Aber da müssen wir auch nicht hin. Ich zeige euch nur ganz mal kurz den Monitor selber. Ich zeige euch mal auch die Einstellung, die ich hier gewählt habe. Einen kleinen Moment. Du siehst also, ich habe jetzt hier die volle Auflösung gewählt und habe aber jetzt einen Vergrößerungsfaktor von 125% eingestellt. Das liegt einfach daran, ich sehe auch nicht mehr so super und ja, da ist das nötig, vielleicht kommt der auch mit 100% aus, aber das ist wirklich sehr smooth, das wird wirklich sauber alles vergrößert. Nicht früher, wo man damit, also das kennt ihr vielleicht gar nicht mehr, aber vor Jahren musste man dann noch große Schrift einstellen und so. Das hat dann mit manchen Applikationen nicht funktioniert. Das funktioniert einfach smooth und wirklich richtig, richtig geil. Ja, insofern bin ich echt happy damit. Das Schöne ist nämlich jetzt auch, ich kann jetzt hier auf zwei Dritteln quasi ein, mir meine Hauptapplikation nehmen, im rechten Drittel dann eine andere Applikation. Ich hatte bisher das Notebook so rechts nebendran und ich habe einfach massiv auch Probleme langsam mit zu bekommen, mit den Schultern und so, weil ich einfach viel zu lange vor dem Rechner hocke. Und das, seither ist das auch schon besser geworden. Ich habe allerdings mir auch einen Stehtisch noch angeschafft, wenn ich jetzt hier immer nur einigermaßen Grad nach vorne schaue. Ja, jetzt schalten wir auf die andere Kamera um, damit wir mal noch sehen, wie das Ding aussieht. So sieht das gute Stück also aus. Ich habe mir hinten einfach eine Halterung für die Kamera und für das Ringlicht gebastelt. Da muss ich noch einen Gabelbinder abschneiden. Ja, das Setup passt mir jetzt also sehr gut. Und ich habe das jetzt auch so eingerichtet, dass alle Rechner gut damit zusammenarbeiten. Selbst mein altes Apple MacBook Air passt das sehr schön dran, kann das gut ansteuern. Ich habe nach wie vor mein Notebook selber rechts noch auf der Halterung, aber ich nutze das oft gar nicht. Ja, jetzt hier mal rechts einfach eine Website, links ein Text und ihr seht, man kann hier wirklich gut mit beidem arbeiten. Ja, das also zu meinem neuen Dell Monitor. Ich bin bisher sehr happy damit, habe ihn jetzt anderthalb Wochen ungefähr. Und ich packe euch den Link mal unten in die Videobeschreibung. Wenn ihr darüber kauft, kriege ich eine kleine Provision. Für euch wird es natürlich nicht teurer. Ihr unterstützt damit den Kanal und das würde mich sehr freuen. Ich freue mich auch über Kommentare, Likes und vergiss bitte das Abo nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao.